Narbenherz ist der zweite Teil der Eloise Keldän-Reihe von Anime der Hancock. Und neben Eloise Keldän sind natürlich auch wieder mit dabei Erik Schäfer und Lisa Augustin, die einen sehr spannenden Fall zu lösen haben, der mir ausgesprochen viel Spaß gemacht hat beim Vorlesen. Nicht nur wegen der feinen Sprache und der emotionalen Erzählweise, sondern eben auch, weil es verdammt spannend war. Und ich freue mich über alle, die zuhören möchten bei Narbenherz und dabei wünsche ich viel Spaß.